einen wunderschönen guten tag meine damen und herren und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute mit stefan im wunderschönen münchen wir haben uns tief 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 ins bayerische land gewagt um eine ganz ganz spezielle art des aquascapings kennenzulernen heute und zwar carnivore pflanzen in kombination mit aquarien ich bin ehrlich wir schreiben schon seit über einem jahr eigentlich noch bevor dieser kanal existiert hat haben wir angefangen zu schreiben weil ich habe bilder gesehen auf instagram und ich habe meinen augen nicht geglaubt was man auf kleinstem raum für biotope erschaffen kann triffst du voll mein geschmack mit wirklich da erst mal respekt erst mal schön lob abgesahnt vom herrn aber wirklich vollkommen zu recht das gab es ja vorher eigentlich noch gar nicht so in dieser form in europa auf social media also du warst einer der ersten die das so in gang gebracht hat vielleicht willst du die story dahinter mal erzählen warum das überhaupt so passiert ist dass du das kombiniert bevor ich mir jetzt irgendwie anmaßen wert mit sicher nicht der erste der irgendwie fleischfressende pflanzen in glasgefäße das ist etwas das gibt es eigentlich schon ewig das weiß ich aber das genau es geht eher um diese kombination tatsächlich mit der aquaristik ich habe irgendwann angefangen fleischfressende pflanzen zu sammeln es ist ein cooles hobby das ist irgendwie so wenn man als als typ einsteigt entweder kaufen sich kaktien im baumarkt oder ja das ist die coole stachelpflanze oder man findet irgendwann den den sonnentau die wien und gerade die venusfliegen fallen aber ich ja selbst auch ich bin gespannt ich habe ja selber zu hause fleischfressende pflanzen ich werde eine menge lernen von dir heute weil werden sie dann älter als ja ich bin da sehr unbegabt was den grünen daumen angeht dann schauen wir uns mal die ersten zwei becken von dir an das sind zwei mal 20 quadratzentimeter 20 mal 20 und in der höhe sind es acht zentimeter das ist tatsächlich sieht so wie man die hand so daneben hält das ist halt echt ein kleines mini welt ja du hast hier mit ganz kleinen wasserbereichen gearbeitet also der großteil ist von erdflächen ja den wasser teil braucht es dafür nicht diese sonnentau auf die ich mich eben spezialisiert habe es sind pflanzen die wachsen in mooren die wachsen in südafrika oder auch in brasilien argentinien im grasland gerade in südafrika laufen zebras im hintergrund herum also wir sind hier nicht in diesem typischen regenwald atmosphäre was man eigentlich denkt da hast du so ein bach der läuft dann irgendwo so den berg runter da ist es dann auch mal feuchter da ist es dauerhaft nass da scheint die sonne drauf und alles da ist es immer hell und im hintergrund antilopen zebras und dort an diesen bachlauf bereichen da wachsen dann eben diese sonnentau diese fotos die ich dort anschaue versuche ich da quasi ein bisschen nachzubauen aufgebaut das ist im grunde relativ einfach ich verwende hier immer also ein torf quaz kies gemisch so 50 prozent ungedüngten weiß torf 50 prozent quaz kies das wichtigste ist es muss saures milieus sein und es muss kalkfrei sein weil kalk bringt im grunde fast fast alle fleischfressen in pflanzen relativ schnell um und das ist auch eigentlich so der hauptgrund wenn leute sich im baumarkt oder wo auch immer sich ein sonnentau venus fliegenfalle schlauchpflanze kaufen daheim hinstellen und die pflanze dann nach ein paar tagen stirbt oder nach ein paar wochen stirbt ist man der meinung oh gott das sind mega kompliziert hoch anspruchsvolle pflanzen aber nein es ist einfach das leitungswasser gewesen also ich verwende hier auch nur osmose wasser und deswegen auch der quaz kies weil das hat ja auch kein kein kalk drin das sind einfach klassische pflanzen wie man sind aquaristik kaufen können und die becken sind nichts mit fleischfressen pflanzen bestehend zb das ist jetzt rosa roprifolia das ist fleischfressen oder da sieht man das ist drosera spiralis das ist eine fleischfressen pflanze da haben wir noch einen kleinen sonnentau drin drosera grau mogulensis da hinten auch dieses kleine blümchen das man da sieht auch das sind tatsächlich fleischfressen pflanzen die wenigsten pflanzen in aquaristik sind ja wirklich reine aquarien pflanzen pflanzen die nur im wasser wachsen das sind ja meistens zum pflanzen die irgendwie so aus diesen tropischen regionen kommen da wo man mal die hälfte des jahres unter wasser ist in der regenzeit und die andere ist man wieder über wasser deswegen lassen die sich so unglaublich gut dafür verwenden fleischfressen pflanzen ein grund warum die ja insekten fangen ist weil die in einem milieu wachsen in einer erde wachsen die sehr nährstoff arm ist man sieht es auch wenn man die jetzt da rausholen wird die haben kein massives wurzelwerk das ist meistens so eine so eine dünne pfahlwurzel die da so runter wächst man daran sieht man schon dass aus dem boden eigentlich nicht wirklich was rauszuholen ist und darum fangen die eben diese insekten deswegen sind sie natürlich auch spezialisiert auf sehr nährstoffarme böden deswegen dünkt man die pflanzen auch eigentlich gar nicht deswegen sind sie aber auch so unglaublich einsteiger freundlich das ist ja auch ein grund warum ich ja auch irgendwann reingeweilen auch wenn das vielleicht nicht so ausschaut aber hier muss man nichts machen das ist im grunde der ganze pflegeaufwand der hier drin ist ist dass sich hier immer wieder das verdunstete wasser nach kippt das ist wie gesagt reines osmose wasser und dann gehe ich halt hin und was weiß ich alle zwei wochen ungefähr mache ich vielleicht mal wasser wechseln ich aber nicht machen müsste den ich nur aus optischen gründen mache damit das klar bleibt ja damit es klar bleibt das muss ich auch erwähnen also ich bin auch mitglied in der gesellschaft für fleischfressende pflanzen die gfp das ist gar nicht dass das existiert tatsächlich ein guter verein da gibt es ein forum auf kannivoren.org kannivoren mit c und das ist von dieser gfp das forum wenn du dich schlau machst über kannivoren du wirst zwangsläufig in deutschland auf dieser seite landen und du wirst dort alles alles über die pflanzen fahren wow das gibt es das gibt es ich muss haben 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 mehr haben mehr sammeln an heute mir keine krasse technik zu legen ich wollte mir kein riesen terrarium hinstellen mit nacht absenkung mit beregnungsanlage und da gibt es ja auch so viele arten oder varianten die es braucht ich wohne in der stadt wohnung ich habe keinen garten ich habe kein gewächshaus oder irgendwas und irgendwann fängt es an okay dies und jene art kann man zwar grundsätzlich zu hause halten ja aber sie wird nie wirklich richtig gesund und schön sein es gibt ja nicht mal große technik komponenten du hast ja nur ein licht das ist aber das mit aller aller entscheidendste weil wie ihr schon gesagt habt die wachsen im grasland bei flacher vegetation es gibt natürlich auch arten in den regenwäldern wie kann im pflanzen sind die pentes die wachsen wirklich im regenwald und da kann es dann auch mal schattiger sein aber die meisten arten seins schlauchpflanzen seins die sonnentau ist seins die allermeisten utricularia arten das heißt die brauchen licht 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 und deswegen sind auch diese lampen die ich da du man kann sie auch einfach am südfenster halten aber dann wirklich am südfenster also pralle mittags sonne voll drauf das wollen die das brauchen die dann werden jetzt hier auch gerade so sonnentauer erst ihre tropfen aus oder kriegen diese schöne intensivrote färbung ansonsten bleiben sie grün ich habe hier diese lampen zwölf stunden am tag bei voller stärke teils voller stärke leuchten die da drauf das wasser das hier gerade sieht man ja auch wirklich sehr sehr klar ist das schaut einfach grundsätzlich so aus und wenn mal so so leichte algen filme irgendwo drauf sind natürlich auch wenn man ganz nah ran geht auch hier sieht aber das ist dann für mich auch wieder teil dieses biotop charakters was ich persönlich dann auch wieder schön wenn es nicht so steril künstlich frisch hingestellt ausschaut sondern da darf auch mal auch mal ein grashalm braun sein da darf auch mal irgendwas ein bisschen dunkler seiner darf auch mal ein bisschen was krummer wachsen was wir gesagt haben so dieses als würdest du die schaufel nehmen schneidest es aus setzt es da rein und dann schaut das ja auch nie alles perfekt also genau dadurch wird es ja so schön das heißt dass ich eigentlich mich nie nie für pflanzen oder irgendwas in die richtung interessiert hatte ich habe das immer eher als lästig empfunden meistens ist du gehst in den baumarkt rein oder steht was und dann nehme ich mit und probiere ich mal aus wie das so läuft hatte ich als teenager schon ich bin ja ein bisschen älter als ich ausschaue das war noch in der vor internet zeit und da war es dann noch so ein bisschen schwierig das ist nicht so einfach so toll wie es heute geht aber ich habe diese pflanze mit heim genommen fand es faszinierend wie es halt so oft ist du denkst ein hobby an du hast es daheim und machst dich dann erst schlau wie es eigentlich funktioniert dann macht man sich schlau steigert sich da rein denkt wow da gibt es so viel mehr das ist so so artenreich so vielfältig weiter geht es mit ganz ganz kleinen biotopen nämlich du bist auch hier mit der gleichen größe an grundaquarium was du dafür verwendet unterwegs nämlich 20 auf 20 zentimeter wie unterscheiden sich jetzt diese beiden von denen die wir als allererstes gesehen haben im grunde unterscheiden sie sich vom vom aufbauen von dem ganzen überhaupt gar nicht es ist immer dasselbe prinzip es ist immer torf es ist immer das osmose was das ist immer licht drüber also dass jetzt hier ein anderer lichthersteller ist als bei den anderen was ich nicht mag das ist ich nenne das immer gern so den kann die wohnen gemischt waren laden also sprich ich mache ein becken war das muss rein das muss rein das muss rein alles muss rein ich habe ganz gern dass ich pro becken so zwei drei maximal vier arten habe und da wo ich dann sagst okay das ist dann was ich wie hier so ein bisschen das ist mein kleiner zenngarten so ein wenig der hat so eine meditative ausstrahlung mit dem fahren dahinter mit diesem kleinen bäumchen und so jetzt habe ich jetzt das lecki drin und drozera spatulata und auch die berühmte otricularia graminifolia dass ich jetzt sage okay ich setze meine schwerpunkte zwei drei arten rein dann ist es nie überladen es schaut irgendwie homogen aus ausgeglichen aus das gefällt mir persönlich musst du die insekten für die pflanzen dadurch dass du ja gesagt hast die nehmen sehr wenig nährstoffe vom boden auf zu füttern nein also ich könnte die grundsätzlich auch das ganze jahr überhaupt nie was machen bei manchen arten sieht man es immer recht schön du hast in der wohnung immer irgendwo diese mini mücken irgendwas fangen die immer diese eintagsfliegen genau diese oder auch was auch gerne leute machen das ist wie sowas so neben obst schalen ist was man ganz praktisch wo die frucht fliegen weil diese kleinen mücken die bleiben die gehen da drauf die bleiben da kleben die werden dann da weg fressen was man machen kann was auch ich so ein zweimal im winter macht weil ich ja die das ganze jahrt und halt im winter kriegen die hier natürlich keine insekten und gar nichts da gehe ich damit das ist ja das praktisch wenn man auch gleichzeitig noch ein aquarium hat da hat man dann häufig dieses flockenfutter dieses ganz feine da gehe ich dann hin mit so einer wirklich pinzettenspitze und dann lege ich da mal sowas ganz klein so ein bisschen auf das blatt du fütterst deine pflanzen mit fischfutter genau das ist praktisch was klein ist weil es fieselig ist ich habe keinen insekten da und es ist ja genau das drin was er diesen stickstoff den die ja brauchen die pflanzen da drin aber man darf echt nicht so viel machen weil das da drauf dann auch schimmeln kann auf dem blatt und dann machst du das blatt kaputt und das hier ist quasi einmal dein fleischdressendes blumenbeet kann man eigentlich da ist jetzt kein wirklich echter scaping gedanken denn das ist tatsächlich noch so ein überbleibsel aus meiner ich sammle zeit aber wo ich ja trotzdem es ein bisschen natürlicher in anführungszeichen haben und das sind also pflanzen die man ja eigentlich eher tropisch erwartet aber du sagst sie kann man das ganze jahr lang draußen haben auch wenn es draußen schneid das sind also überhaupt gar keine tropischen pflanzen das was ihr das hat mir häufig sehen also das sind schlauchpflanzen saracenia dann haben wir noch so ein paar sonnentau hier filiformis binata wo ja auch wirklich da sind ja die insekten die hänger hier drin ja klebt so eine mücke dran dieses set up hier das sind pflanzen wenn man von binata abseht die eine australische art ist alle anderen arten wachsen in den usa bis rauf nach kanada also das sind keine regenwald pflanzen die schlauchpflanzen die wachsen alle an der ostküste der usa runter das heißt es sind pflanzen die kommen nicht aus dem regenwald mit 40 grad und 100 prozent luftfeuchtigkeit das ganze jahr sondern die wachsen unter klimatischen bedingungen wie wir es auch hier in deutschland haben für ein gesundes wirklich langfristiges gesundes wachstum sollte man diese pflanzen nicht in der wohnung halten sondern auch wirklich draußen und sollte ihnen auch wirklich den winter geben weil die auch in der natur winter haben und teils auch in gegenden wachsen wo schnee ist natürlich ist es ein unterschied ob die pflanze jetzt natürlich in kanada vorkommen oder ob denn florida vorkommen das ist natürlich klimatisch ein unterschied und natürlich sind arten die sind richtig voll winter hart also die man wirklich bei uns draußen im garten stehen lassen kann auch im moorbeeten im garten richtig und die dann auch bei minus 20 grad und schnee dort einfach problemlos überdauern wäre das mit denen möglich mit den meisten dieser arten ja zum beispiel klar die die purpurea wie gesagt die aus kanada kommt saracenia flava ist so eine winterharte art oreophylla meine ich ist geht auch das ganze jahr draußen so gleich aus ja das sind tatsächlich für den amateur vielleicht kennt man eindeutig dann sterben die oberirdisch alle ab also die die blätter die vertrocknen dann einfach die werden braun werden tot kaputt dann kann man die dann alle abschneiden ach die muss man abschneiden müssen tun als nicht schadet schön aus also weil ansonsten bleiben die ja dran und hast du überall vertrocknete braune tote schläuche dran hängen und dann kommen früher treiben die dann wieder neu aus also das was man hier gerade sieht schaut erst seit drei vier wochen so aus davor war da einfach nur moos bei die ganz alles weg war also auch die sonnentau alles war hier weg und jetzt kommen sie wieder sind auch die venus fliegenfalle die man hier sieht diese noch sehr klein weil die ja jetzt gerade erst austreibt da werden jetzt dann auch nach und nach die fallen größer und größer du hast hier eine galerie erschaffen kann man sagen ich sehe 12345678 becken also du hast wirklich die vielfalt hergestellt auch in unterschiedlichen stilen die du verfolgst und finde nämlich auch das im aquascaping ob das jetzt süßwasser meerwasser ob das selbst auch terroristik gestaltung ist da steckt kunst drinnen und bei dir äußert sich das enorm wie fließt das in dein hobby mit rein dieser kreative künstlerische aspekt ich bin vor allem auf dieses kleine format irgendwas man hier auch im zentimeter und ich liebe es bilder und fotos anzuschauen von diesen pflanzen wie sie in der natur wachsen ich liebe es das zu sehen was man sonst aus dem plastiktopf daheim kennen wie schaut es in der echten landschaft in der natur ist und irgendwann wollte ich meine pflanzen aus diesen plastiktöpfen rausholen und sie in einfach eine natürliche möglichst natürliche umgebung setzen mir gefällt dieser biotope charakter unglaublich gut dabei und gleichzeitig und das sind wir auch wieder was der vorwerb sagt dass dieses aquascaping mit diesem sehr stilvoll künstlerischen aspekt mit dazu also diese kombination feier ich komplett wirklich ist das ist so so wie du vorhin gesagt hast ne sparte einmal in den sumpf und 20 quadratzentimeter rausgehoben und zu hause hingestellt und es funktioniert du hast diese klare technik diese design sprache und dann dieses stück natur da rein das ob die natur in die welt der menschen in diese architektur welt eindringen würde und erobert sich das so ein bisschen zurück und das ist das was mich so unglaublich reizt aber deswegen machen wir auch diese gerade diese kleinen formate so viel spaß weil du auf diesen kleinen formaten so viel mit so viel detail so viel klein pflanzen so viel natürlichkeit und biotop schaffen kannst das schön schön dass es ein solches hobby gibt wenn die jetzt insekten fangen dann müssen die das ja irgendwie signalisieren also die haben lockstoffe oder du hast es zum einen ist es was die insekten auch anziehen du hast diese rotfärbung die wirkt auf manche insekten magisch anziehen kann man manchmal sogar sehen dass richtig so zuckerlösung ist dass das richtige tropfen an den blättern so wie bei diesem sonnentau aber so ähnlich genau das beim sonnentau hat ist ja wirklich diese klebe sie ist das wie das hier runter zieht so diese klebe funktion dass die insekten dran kleben bleiben und nicht mehr weg kommen hier hat es allerdings dass die insekten ankloppt werden die fliege mein wegen lange drauf und je mehr es richtung schlauch öffnen geht umso intensiver wird dieser zucker geschmack also die werden gezielt dort rein gelenkt die insekten irgendwann ist diese innenseite die ist mega glatt so eine leichte wachsbeschichtung und dann rutschen die da rein fallen rein und kommen nicht mehr raus und dann bin ich dann verdaut das insekt verschwindet aber dann nicht also man kann dann auch geld gibt es genügend wo man das auch immer wieder mal auf youtube so sehen kann bei dieser schittin panze der wird nicht verdaut also du hast im grunde wenn du das dann aufschneid hast du dann überall diese diese außen skelette der insekten noch da drin komplett liegen aber die sind innen ausgezutzelt quasi ja du hast auf der blattinnenseite bilden die wenn das insekt da drin ist wird so ein verdauungssekret abgesondert von der blattinnenseite das tatsächlich das insekten auflösen dann über die blattinnenseiten nimmt es dann die nährstoffe wieder auf das fühlt sich wirklich sehr 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 glatt an die rutschen dann da rein genau zum einen können sie nicht mehr hochklettern und was man dann sagen kann ja aber gerade wenn so das sind ja hier noch recht kleine schläuche gibt der schläuche die haben ja solche durchmesser ja dann kannst du einfach rausfliegen aber das geht auch nicht weil das ist so wie dieser hubschraube effekt also hubschrauber in dem tal nicht aufstehen kann weil er dann irgendwie runter gedrückt wird wie die genaue physik ist weiß ich auch nicht aber den selben effekt hast du da drin das heißt je mehr das insekt fliegt und die flüge bewegt um hoch zu kommen umso mehr wird es nicht nach oben getragen sondern wird noch weiter runter gedrückt durch diesen effekt das rutscht also dadurch immer weiter unten rein und irgendwann bleibt sie drin hängen und kommt dann wirklich final nicht mehr raus und es ist eigentlich eine relativ grausame art die insekten die sterben da drin weil es einfach nicht mehr rauskommt also die werden dann nicht irgendwie getötet da drin sondern die sind irgendwann von der erschöpfung von diesem ewigen rausklettern wollen immer sind die so kaputt dass sie dann halt daran sterben ja wir haben viel 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 gelernt stefan danke für deine zeit es war wahnsinnig spannend es war wahnsinnig ästhetisch auch ich sage auch danke fürs interesse ja natürlich dass du überhaupt herkommen wollte das freut mich ja genauso ich versuche immer die ganzen facetten dieses hobbys und das ist ja eine eine weitere facette die ja so noch gar nicht so viel belichtet wurde auf den kanal zu bringen und freue mich einfach dass ich das heute einmal mit dir zusammen machen durfte und ich würde eure meinung gerne mal wissen denn wir haben so ein bisschen gequatscht und vielleicht kommt der stefan mal zu mir wollen wir ein becken zusammen aufbauen dass wir auch mal so wirklich die grundprinzipien so von dingen die du vielleicht auch gerade gar nicht auf dem schirm hattest weil du es schon tausend mal gemacht hast dass wir das einmal von grund auf bei mir aufbauen und wie so eine kleine galerie mit all den leuten die ja immer wieder hier auf den natrop kanal auch kommen dass wir da eine weitere möglichkeit bieten da noch mal raum für mehr inspiration zu schaffen also schreibt zwar rein ob jeder interesse habt würde mich sehr freuen schaut auf jeden fall bei stefan auf instagram vorbei den account verlinke ich euch unten und dann gehen wir jetzt erstmal gut was essen unbedingt was ist man in münchen weißwürste aber nicht mehr um die uhrzeit geschweinsachsen hebt schnitzel und ja was ist denn noch so kein 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 händl das händl gehen wir noch essen jetzt immer in den biergarten jetzt noch übergehen dann können wir unsere händl essen und dann machen wir gleich ein maß dazu und das wird nur spaß das gauri wird das gauri da